Hallo und herzlich willkommen zu einem, zu meinem ersten Video auf diesem Kanal. Mit dabei ist heute Fake-Rotweiler. Was geht ab? Und sie doch. Was geht? Heute spielen wir zusammen Gun Game. Ja, dann würde ich mal sagen, let's go. Und übrigens, wenn ihr es nicht schon getan habt, lasst gerne mal ein Like da und ein Follow. Wenn ihr mich sehr... ...freut. Okay. Okay. Leute, ich weiß... Nur zur Info, ich bin herzlich der beste Spieler. Jetzt... Fake-Rotweiler, du kannst natürlich auch mal gerne was sagen. Hallo. Ah ja. Alter, jetzt ist ein Sandwagen. Oh ne, ich hab ne Pistole. Ich kann mit der eigentlich voll gut umgehen. Alter. Jetzt ist ein 13er... So, okay. Du bist Slow Life. Oh mein Gott, 8 AP. Oh mein Gott. Komm her. Okay. Du bist einfach durch meine Wand geglitscht. Oder so. Ey, lasst mal, lasst mal. Ich hab nen 20er Ping. Ich hab nen 20er Ping, aber ich bugge. Okay. Okay, Leute. Wir haben eine Klarstellung. Ich hab meinen Aim mit F4 gewertet. Das ist das Beste. Ich will äh... Zieh da ein W, du staubst ab. Ich staub dich ab. Ich hab zwei HP oder so. Ey, er ist der Kill ab, Digga. Hat der Kill abgeschlappt? Der lädt ja Jahre. Oh ja. Wo bist du? Der Lounge-Ali? Schuhe super wo... Wo bist du denn du? Hier unten. Ja, ich nenn dich einfach Scully. Ja, ich nenn dich einfach Scully. Okay, ich hab... Was? Okay, Highlight. Bester, bester Hit in der Season. Oh mein Gott. Leute, immer noch mit meinem Acht-Papierer am Start. Ihr seht's, oben links, einer pingte es mal. Ja, ich hab einen 10er-Ping, aber mein Gamebox. Pew! Ey, was für... ich hab nur 3 10er-Ping. Ich hab einen 23er-Ping. Alter, manchmal hab ich sogar ne 9er-Ping, aber es wagt einfach so krass. Okay, wait a minute. ich habe die Katäre genommen hier ist alles voll das Ding im Übrigen Leute Sidom hat auch bald ein Kanal ich habe auch bald einen Kanal krass ist das Aim der Welt bis zum Start ja ich hab ich du hast auch ein direkt Rocket Launcher Alter ich habe ne 19er ich hab die schlechteste Waffe im Game warte 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 ich kann nicht schießen, ich kann nicht mal meine Waffen nach zehn ah jetzt ohohohohoho oder krass ist das не Nein! No, nein! Ja, aber war das gerade? Alter! auch das macht bei mir wie als hätte ich in 600 abgehen obwohl ich irgendwie war mit angezeigt wird so bisschen zwölfer leute schreibt eure ideen in die kommentare die gerne nächstes mal das genau die schlechte Waffe ist ich mag mir bis hier die dieser genuss ja ich habe ja das zweite mal vielleicht in meinem leben und dann in der luft ich muss mich nicht schießt mich nicht an ich kann nicht schießen nein die waffe musst du nachladen wir machen so wenig gebäudeschaden er kann ich darf ich bitte jemand damit ich eine andere waffe krieger und wenigstens eine chance zu spielen wo bist du denn bist du der hier mit steinhaut Leute komm ich lass mich weg ich bin die ganze zeit hinter dir her gelaufen alter ich bin so schlecht ich bin der schlechtesten waffe im game das schmeckt och ne ich habe die schlechteste waffe im ganzen game welche die aus ich habe eine graue repetiert sie ist immer noch besser als scheusalljäger macht wenigstens doch 100 schaden weil dieser scheusalljäger macht nur so 40 schutz und damit überhaupt noch zu treffen ist auch noch übelst schwer warum ähm warum sagst du nicht noch deinen tik tok namen doch noch 3 soja leute vielleicht noch so hat mir gerne auch auf tik tok flipflop 23 ich weiß der Name etwas auf random ausgedacht nein ich wollte den du aufwischen nein ich wollte den du aufwischen ja im stock facebook habe ich noch nicht aber ich gebe euch bescheid wenn ich es habe das h 60er 40er kaum läuft doch und gönn mir komm gönn mir ich darf stamm komm gönn mir komm gönn mir ok ich habe wieder einen treiter aktiviert dann schnell wieder so wo seid ihr denn schon wieder ich muss meine ich bin froh über eine graue ich bin froh ich noch nie bei der graue oh nein 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 wer Ja, wahrscheinlich tut mir selber Damage. Äh, sei, wie du denn? Hier geht nur alles kaputt! Hier geht nur alles kaputt! Jouch! Ja wahrscheinlich! 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 Oh! Okay, Leute, ich hab einfach automatisch gezielt und dann einfach direkt in die Ausdruck immer aufgefrischt und einfach nicht so. Ja, Leute, ich zeig vielleicht mein Gesicht so, gleich bei 10.000. Sagen wir bei 10.000. Ich muss es mir noch übergeben, je nachdem wie schnell ich Follower bekomme. Abos! Ja eben. Ich wüsste ja, er muss 10 Abos haben. Ja eben. Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh! Oh ne, ich bin froh! Oh, ich bin froh. Kein Problem. Alter, kein Problem mehr. Oh! Okay! Ich, ich hab Wallheads! Ja. 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 Mir fehlen nur noch 4 Kills. Wird zur Erinnerung. So. Was hab ich schon blick? Was ist das? Was? War der nicht drauf? Ja. 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 Ich hab mir jetzt ein Revolver. Die schlechtes Waffen ganzen Game. Die ist gut. Das Armbruch ist. Ich hab ein schlechtes AIM, aber ganz gut. Du gibst mir einen Schott in der Luft. Und ich hab... P-man. Aber ich kann nicht schießen, Leute. Ich kann nicht schießen. Ich kann auch nicht jumpen. Holze, lass mal. Ich kann nicht schießen, nur nicht jumpen. Ich sag euch, wenn ich schießen kann, und dann dürft ihr mich auch anschießen, okay? Oh, komm. Ja. Okay, Leute. Los, stelle. Oh, weiß. Was? Nein. Hä? Kann er nicht. Ah, ne. Sieh, dumm. 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 Ja, ich hab... Du sagst, genau. 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 Du sagst, ja. Ohne Spaß. Sieh, du sagst. Ohne Spaß. Ohne Spaß. Ohne Spaß. Nee, du staubst ab, Alter, wenn du nicht für dich erkundet, oder? Ihhh! Ja! Falls immer uns... Ich hab da irgendwas mit meinem Bildschirm. Ich bin immer wieder dieser. Aber schreiben ist nicht so einfach. Ich hab ihn so knallhart abgeslucht. Ja, war so ein Lohn. Kommt, der wird gepusht, oder? Ja, anders kommt er. Nein. Ich werd nicht sagen, dass ich Lohle hatte. Oh Gott! Ich muss nachladen! Nein. Der fehlt nur noch ein. Und dann... hab ich. Ey, er hat's gesagt, das ist einfach. Das wird mein Letz... Das wird mein Letz... Letzte. Leute, das war's durch dieses Video. Ja, hier bin ich... Ja. Lasst ein Vollower da! Ja. Grüß gehen raus. Das heißt Abo. Ja, lasst ein Abo da. Und like gerne mal das Video. Locker aktivieren. Und tschau. Und schaut doch mal vielleicht, wenn ich meinen Kanal hab, auch auf meinem... Genau. Tschau. Tschau. Tschau.